Jo, Freunde, was geht denn da? Willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich wieder, dass ihr alle eingeschaltet habt. Das letzte Video, Dinge, die ihr bei einer Polizeikontrolle nicht tun solltet, ist bei euch mega krass angekommen und ist förmlich durch die Decke gegangen. Ich lese heute zum Teil noch Kommentare, wo es heißt, ne, macht das bitte nochmal. Und ich fand, das hat auch beim Drehen richtig Bock gemacht. Deshalb habe ich mir gedacht, Freunde, ich gebe euch das, was ihr wollt. Dinge, die ihr bei einer Polizeikontrolle nicht tun solltet, Teil 2. Viel Spaß mit dem Video. Dinge, die man bei einer Polizeikontrolle nicht tun sollte. Wir haben gerade eine Geschwindigkeitsmessung vorgenommen. Ja, unten soll ich Ihnen alles aus der Nase ziehen lassen? Sie sind in der 50er-Zone 100 kmh gefahren. 100 kmh? Das schaue ich ja noch viel besser. Ja, da! Allgemeine Verkehrskontrolle, Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Guten Tag! Puh, Sie riechen ganz schön nach Alkohol. Wenn Sie mit einem Test einverstanden? Ja, klar. Und was fangen wir denn an? Nein, Sie verstehen das falsch. Sie haben doch noch Restalkohol. Sie haben keinen Restalkohol mehr. Das ist alles leer. Gucken Sie, Officer. Alles leer. Also? Gibt nichts? Also. Ich habe nichts verbrochen. 35361, wir haben ihn. Braum Verstärkung. Guten Tag. Allgemeine Verkehrskontrolle? Na? Hat euch Mama wieder dasselbe rausgelegt, he? Guten Tag. Was? Allgemeine Verkehrskontrolle? Was? Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Ja. Puh, hier riecht es aber ganz verdächtig nach Alkohol. Wer da sitzt? Ich glaube, Sie sollten mal rauskommen und hier mal die Linie langlaufen. Okay. Kommen Sie bitte hierhin. Hier ist die Linie. Klein Thema für mich. Schönen guten Tag. Guten Tag. Können Sie sich vorstellen, warum wir Sie angehalten haben? Nee, sonst wäre ich wahrscheinlich weitergefahren, wenn ich das gewusst hätte. Wenn ich das gewusst hätte, verstehen Sie noch nicht. Ja. 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 I can't stop this show, it's fucking chronic, yo It's fucking toxic like an alcoholic logic, though It's catastrophic like a psychotic erotic, oh Cause even though I wanna quit her, man, she kinda dope I gotta go I never slow down, everybody knows now We the best to throw down, party's in the SoCal We kickin' so loud, party with the whole crowd Kick the haters all out, takin' no way all down I've been at the focus, never slow down Put my shit out in the office, oh you know now Everybody's taking your knees, there they go now Yeah, welcome to my show, bitch, this my hometown I'mma get it right The focus, never slow down from my... What's that? Ja? Kommen Sie mal bitte mit, da drüben machen zwei kleine Kinder den Müller einmal kaputt Wo denn? Da, auf der anderen Straße über Die treten dagegen und so Kommen Sie mal mit Äh, nee, das ist nicht mein Zustellungsbereich Das ist eher eine Straßenseite Dafür sind die Kollegen zuständig Ja, aber die sind doch gerade hier So richtig mit Gewalt Ja, die hauen da rein und treten dagegen Nein Kommen Sie doch mal bitte rum Ja, ah, ah, mein Fuß Ah, holen Sie den Krankenwagen Mein Fuß Ah, wer soll Ihnen das glauben? Ah, 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 ah Hä, ey, Licka, da ist ein Polizist, der winkt uns, was macht man da? Ey, weißt du das nicht? Nee Ja, zurückwinken Hallo Hallo Ey, guck mal, der ist einfach nur nett Hallo Ja, der ist aber nett Hi Ja Ist das normal? Er wusste ja nicht So Freunde, das war's mit einem langersehnten Video von euch Ihr habt's auf jeden Fall so oft gewünscht, dass wir dachten, so, hey, das müssen wir mal wieder machen Und ich muss sagen, es hat echt mega viel Spaß gemacht Hat es auch Spaß beim Drehen? Ich hatte Spaß beim Drehen Ich auch Also, gebt uns einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat, ihr vielleicht noch einen Teil wollt Wir haben noch eine Menge Ideen Definitiv Haben wir das? Ja Und schreibt einfach mal in die Kommentare Hashtag mag es der Überking Das habe ich noch nie am Ende des Videos gesagt, deshalb solltet ihr es viel machen Wir sind's wieder nächste Woche Samstag Bis dann Bis dann